Andere heulen, weil sie nur 1,70 groß sind. Ich träume davon, überhaupt die 1,60 zu erreichen. Warum gönnt mein Hurensohn-Körper mir diese drei Zentimeter nicht? Verheirateter Mann keilt sich ein Nintendo-Spiel auf. Der einzige Kontakt, den ich zu Frauen habe, sind Insta-Sex-Bots, die mich in Gruppen einladen. Können wir nicht einfach echte Girls anschreiben? Die ganzen Sex-Bots nerven mittlerweile. Wünscht mir Glück, ich hab grad die Chance meines Lebens. Jungs, hab gefehlt. Cosmo & Wander ist der Bestbeweis dafür, dass Kinder alles ruinieren. Hab den 3, der ist von meiner Cousine gefunden. Aber wieso ist der Stift so groß? Wenn ich mit dem Kostüm kein Frauenmagnet bin, weiß ich auch nicht. Wenn du denkst, du wärst am Ende, denk immer dran, es gibt Menschen, die sich zum Tendo-Merch kaufen. Selbst Dora ist größer als ich. Ich hätte gerade fast einen Dreier gehabt. Haben nur noch zwei Mädchen gefehlt. Leute müssen sich einfach ducken, um mir in die Augen schauen zu können. Mir ist eine halbvolle Eisdierflasche voll auf den Schwanz gefallen. Fuck, tut das weh! Ich schreibe mit meinem Crush. Hey, ihre Emojis? Niemand. Wirklich niemand. Keine Menschenseelen. Selbst Sonic Forces hat mehr Erfolg bei Frauen als ich. Fortnite-Spieler sind jünger als die Xbox 360, aber wollen was von Mutterknallen erzählen. Alles im Leben erreicht. Das passiert, wenn ich Girls anspreche. Mich haben gerade zwei erwachsene Typen angesprochen und gefragt, ob ich Gras verkaufe. Digga! Keine Xbox Series X, keine Freundin, kein Lebenswille. Guten Morgen! Eine Beziehung ist immer 50-50. Ich gebe ihr Liebe und sie bricht mein Herz. Checkpoint, Leute! Ich werde meine Jungfreulichkeit niemals verlieren, denn ich verliere nie. Hab irgendwie überhaupt keinen Bock mehr zu fixen. Was ist mit mir kaputt? Dieser User hat keine Freundin. Das K in Kaudi steht für Knasti. Das J in Julian steht offensichtlich für Jungfrau. Das haben meine Eltern schon so bedacht. Nur nur 30 Kacken. Einfach der Lifestyle. Ich kann Leute wie Kaudi Royale nur mit dem Mikroskop sehen. Ich kann Leute wie Luke Nintendo nur mit einer Leiter ins Gesicht schauen. Das lassen die schön bleiben. Was sollen aus Menschen mit Mundschutzfetisch werden? Ich bin zwar klein und hässlich, aber ja, gibt nichts Positives. Hab No Nut November soeben verkackt. Ups. Hab meine Hoden gefärbt. Dachte an Ostern, macht man das so. Klar, dass sie mich nicht will, wenn ich mal einen Win in Pac-Man 99 hinbekomme. Die Menschheit ist beschissener als jedes Sonic-Boom-Game. Es gibt Millionen Frauen auf dieser Welt, aber keine liebt mich. Und damit gute Nacht. Hässlich sein ist mein Markenzeichen. Hässlich sein ist echt anstrengend. Wenn Pluto kein Planet ist, weil er zu klein ist, bin ich dann eigentlich kein Mensch? Langsam verstehe ich die zwei. Es wäre echt funny, wenn ein Girl am Duschen ist und auf einmal die Wichser von dem Unsichtbaren durch die Luft fliegt. Mein Leben in einem Videospiel. Singleplayer, Schwierigkeit schwer und keine Verbindung zum Multiplayer. Lieber weinenden Schlafmasturbieren, als schlafenden Weinmasturbieren. Ich finde es schade, dass Dumtino etwas zum Budern hat und ich nicht. Mein Lebensmähle geht mal kurz Zigaretten kaufen. Mein Traum ist das... Nein, ich weigere mich, das vorzulesen. Ja, ich weigere mich, das vorzulesen ist. ama Ich ich weigere mich, das vorzulesen. Ja, ich weigere mich. Da, ich weigere mich. Vielen Dank.